Guten Tag meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. In der Türkei hat die pro-kurdische Oppositionspartei HDP einen weitgehenden Boykott des Parlaments angekündigt. Grund sind die Verhaftungen ihrer beiden Vorsitzenden und mehrerer Abgeordneter am Freitag. Laut einer Erklärung zieht sich die Partei zunächst aus allen Gesetzgebungsverfahren zurück. Die Fraktionssitzungen sollen aber weitergeführt werden. Die Spitzen der Großen Koalition wollen heute erneut über die Nachfolge von Bundespräsident Gauck beraten. SPD-Chef Gabriel hatte Außenminister Steinmeier als Kandidaten für das Schloss Bellevue vorgeschlagen. Kanzlerin Merkel und CSU-Chef Seehofer wollen ihn aber nach Informationen der BILD am Sonntag nicht unterstützen. Die Wahl des Bundespräsidenten erfolgt im Februar. Erneut sind hunderte Flüchtlinge im Mittelmeer gerettet worden. Ein Schiff der Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen mit bis zu 900 Migranten an Bord legte im Hafen von Catania in Sizilien an. Allein gestern wurden nach Angaben der italienischen Küstenwache etwa 2000 Flüchtlinge gerettet. Die Staatsanwaltschaft Braunschweig ermittelt nach Angaben des VW-Konzerns nun auch gegen den Aufsichtsratschef und ehemaligen Finanzvorstand Pötzsch. Dabei geht es um den Verdacht der Marktmanipulation. Demnach könnte VW bewusst verspätet über die finanziellen Folgen des Abgasbetrugs informiert haben, um den Aktienkurs zu beeinflussen. VW bestreitet das. Gegen den ehemaligen Vorstandsvorsitzenden Winterkorn und den amtierenden VW-Markenchef Dies laufen bereits Ermittlungsverfahren. Unterdessen gibt es auch neue Vorwürfe gegen die VW-Tochter Audi. Wie die BILD am Sonntag berichtet, hat eine kalifornische Umweltbehörde eine weitere illegale Softwarefunktion bei bestimmten Automatikmodellen mit V6-Motor entdeckt. Danach wird an der Lenkradbewegung erkannt, ob es sich um eine Testsituation handelt und dann weniger CO2 produziert. Die Software soll auch in Europa eingesetzt worden sein. Mit einem Festgottesdienst im Magdeburger Dom hat die Evangelische Kirche in Deutschland ihre Jahrestagung begonnen. Die Synode berät bis Mittwoch über die Reform der Kirche sowie die Zukunft Europas. Landesbischöfin Junkermann sagt in ihrer Predigt, Europa solle auch in Zukunft ein Friedensprojekt mit weltweiter Ausstrahlung bleiben. Und hier noch die Wetteraussichten. Im Süden Wolken verhangen und regnerisch, im Rest des Landes viele Wolken, zeitweise Sonnenschein. Höchstwerte 3 bis 11 Grad. Die Tagesschau meldet sich wieder um 13.15 Uhr. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag.